Moin! Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir am Hamburger Hauptbahnhof unterwegs, wo ein Großeinsatz der Feuerwehr und Hilfsorganisationen stattfindet. Ein Arbeitszug mit Dachaufbau ist mit der Tunneldecke kollidiert und aus den Schienen gesprungen, daraufhin wurde der gesamte Hauptbahnhof gesperrt, auf dem täglich eine halbe Million Fahrgäste verkehren. Nun ist das technische Hilfswerk und ein Team der Deutschen Bahn damit beschäftigt, den Zug zu bergen. Um in Zukunft keines meiner neuen Videos zu verpassen, aktiviere unbedingt die Glocke und klicke auf alle Benachrichtigungen. Für weitere exklusive Vorteile werde doch auch Kanalmitglied und unterstütze damit mich und meine Arbeit. Und jetzt gute Unterhaltung beim Anschauen des Videos. Ahoi! Er blockiert zwei Bleise und soll nun von einem Schienenkrank geholfen werden. Dieser ist ein Multitasker 910 vom Fabrikat Kiro. Lass doch unter dem Video einen Daumen hoch da. Vergiss nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Lass doch unter dem Video einen Daumen hoch da. Mehr keinen Doppel. Mehr wieder auf. Mehr wieder auf geht die Glocke. Mehr wieder auf pissed, muss man sich nicht ver EMMELS either auf. Die Glocke ist eine Praxis. Töne bis einen Doppel, habe ich einen Daumen hoch oder nach oben, habe ich? Er steuert sich jetzt unter den Doppel. Sehr gut, aber ich bin da hier gespannt auf der Doppel, den Doppel. Also fertig ist ein Video, der Doppelung bei mir gehört. Bordelung imnau Doppelungen. Doppelungen im Koerfunkern. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR